... stofffreie Produkte. In diesem Zusammenhang möchte ich ein Telefongespräch erwähnen, das ich kürzlich mit einem Pharmahersteller geführt habe. Da hieß es nur zu überdeutlich, nehmen wir einmal an, Sie wären ein Pharmahersteller und Sie sind davon überzeugt, dass Ihr Medikament eine Krankheit heilt. Na, da werden Sie doch in Ihrem eigenen Interesse dafür sorgen, dass diese Krankheit fortbesteht.